Ich kenne Fortnite. Wir haben bei uns in der Klinik auch VR-Spiele, weil wir auch Patienten mit Virtual-Reality-Systemen in beängstigende Situationen bringen können, also Traumatisierte und Patienten mit Phobien. Und deswegen spielen wir dort auch regelmäßig. Ich habe immer mit Wissenschaftlern auch zusammen Spiele gespielt, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Also Fortnite spielt eine zunehmend große Rolle unter denen, die sich bei uns wegen der Computerspielsucht vorstellen, ja. Und wenn ich Kinder großziehen würde, hätte ich da tatsächlich auch meine Bedenken, wobei ich fast das inhaltliche Problem daran noch gravierender finde. Das heißt, das ging mir auch schon bei diesen Filmen der Tribute von Panem-Reihe so, dass ich tatsächlich ein Problem damit habe, unterhaltsam aufzubereiten, wie eine Anzahl von Jugendlichen die Aufgaben bekommen, sich gegenseitig abzuschlachten. Das finde ich auch bei den Fortnite-Spielen problematisch. Also die reine Spielzeit ist nicht das Entscheidende. Wir schauen vor allen Dingen darauf, welche Lebensbereiche Probleme bekommen. Das heißt, wenn die Betroffenen nicht mehr zur Schule gehen oder die Ausbildung nicht bewältigen können, wenn sie Freundschaften vernachlässigen, Hobbys vernachlässigen, wenn sie immer mehr vereinsamen vor dem Rechner und wenn sie eventuell sogar noch körperliche Probleme haben. Das heißt, weil sie so viel spielen, sich nicht mehr bewegen, sich schlecht ernähren, Schlaf-Wach-Uthmus kehrt sich um. Also die Arbeitssucht ist noch viel umstrittener als die Abhängigkeit von Computerspielen, muss man sagen. Es sind aber beides Verhaltenssüchte. Und tatsächlich ist es so, dass wenn uns Computerspiel-Süchtige berichten, was sie dort tun, dann hat man das Gefühl, die betreiben das mit einer Ernsthaftigkeit wie bei einem Job. Also die erfüllen Erwartungen ihrer Peergroup, ihrer Gilde zum Beispiel. Die müssen zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten in einem Spiel sein. Und insofern geht es da schon parallel. Anerkennung spielt eine ganz große Rolle. Die Betroffenen haben häufig nicht die Anerkennung, die sie sich wünschen, in der realen Welt gefunden und suchen sie in den Heldenfiguren der Spieler, die sie spielen. Und dort finden sie dann auch Gleichgesinnte, finden Menschen, die ihnen wohlgesonnen sind, die Anerkennung geben, indem sie gemeinsam bestimmte Aufgaben erledigen. Häufig ist es nur so, dass dann am Ende doch ja die reale Welt ein paar Aufgaben auch abverlangt. Und da wird es für die Betroffenen, die wirklich süchtig werden, immer schwieriger, diese Aufgaben zu erfüllen. Das ist eine sehr komplexe Frage und eine sehr interessante Frage. Also erst einmal ist es ja so, dass Jugendliche, besonders Jungs, ja auch durchaus Anerkennung früher wollten, jenseits der Schule. Das heißt zum Beispiel beim Sport oder in dem sie in einer Gang waren oder so, in einer Bande. Und Wettstreit, Kampf, Kameradschaft spielen immer eine Rolle im Erwachsenwerden. Und vielleicht müssen wir auch nochmal schauen, inwieweit wir die Schulen mehr so gestalten, dass Schülerinnen und Schüler wirklich das Gefühl bekommen, darum geht es etwas, was erstens Spaß macht, was einem auch einen Kick gibt und wo man Anerkennung bekommt. Also erst einmal, glaube ich, geht es schon auch darum, das ist etwas Neues, was permanent zur Verfügung steht, egal wo man ist. Und Sport zu machen bedarf ein bisschen mehr Aufwand. Also die unmittelbare Verfügbarkeit dieser Kicks spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Wenn man Sport macht, dann braucht man Zeit, bis man erst einmal das gelernt hat, wie es geht. Man braucht bestimmte Geräte, die man ranschaffen muss. Man muss irgendwo hingehen. Und die Spiele kann man überall machen. Ich glaube, ein Stück weit werden sich bestimmte Sportarten auch wieder durchsetzen und auch Sportvereine. Erstens, weil wir von der Erziehung her da ein bisschen gegenregulieren werden, Kinder und Jugendliche mehr diese Erfahrung auch möglich machen. Und ich glaube aber auch, dass es eine Gegenbewegung bei den jungen Leuten geben wird. Es spielt eine große Rolle, weil die erste Peergroup, die man hat, sind eben die Eltern und Geschwister. Und wenn man da sichere, wertschätzende Bindungserfahrungen gemacht hat, dann ist die wahrscheinlich groß, dass sich das auch überträgt auf Erfahrungen mit Mitschülern, zum Beispiel in der Schule und irgendwann auch im Netz. Und dann sucht man in der Regel auch körperliche Erfahrungen dort draußen. Weil das Schöne ist ja, dass man bestimmte Erfahrungen wirklich nicht im Netz machen kann. Zum Beispiel, wenn es um Sexualität geht, um Liebe geht, um Zärtlichkeit geht. Das lässt sich nicht ganz digitalisieren. Und das suchen im besten Fall Jugendliche, junge Werkserne auch. Diejenigen aber, die wirklich bindungsunsicher sind, die gehen dann manchmal im Netz verloren. Manchmal in den sozialen Medien und manchmal in den Spielen. Also erstmal, glaube ich, eine Haltung zu entwickeln, die nicht bedeutet, entweder alles zu erlauben, weil man sagt, die machen es ja sowieso, oder alles zu verbieten, weil man selbst Angst davor hat und denkt, das ist alles böse. Das wäre das Erste vielleicht. Das Zweite ist, dass man sich interessiert dafür, was Kinder und Jugendliche da machen, weil wenn man selbst die eigene Lebenswelt gegen die andere ausspielt, dann hat man ganz schlechte Karten. Dann kann man den Kindern und Jugendlichen auch kaum die reale Welt so richtig nahe bringen. Und das Dritte ist, ein gutes Vorbild zu sein. Also immer mehr Kinder und Jugendliche haben das Gefühl, die Eltern haben eigentlich kaum noch Zeit oder blicken kaum noch auf, weil sie selbst so viel vor den Medien hängen. Jeder Art von Erziehung in dem Bereich muss scheitern, wenn die betroffenen Eltern nicht selbst bereit sind, sich auch zu hinterfragen. Dazu gehört auch der Fernsehkonsum. Also wichtig ist erstmal natürlich rauszukriegen, wo war der Zeitpunkt, wo war die Krise, die dazu geführt hat vielleicht, dass das Kind abdriftet und sich im Netz verliert. Und dann zu schauen, wie kann es wieder mehr in der realen Welt Halt finden. Das heißt, die Beziehungsaktivitäten, die Bindungsaktivitäten zu erhöhen, zu schauen, gemeinsam etwas zu unternehmen in der realen Welt, also dass das Kind etwas erlebt, zum Beispiel beim Bungee-Jumping, beim Klettern oder beim Kampfsport, aber sich daran zu beteiligen, das ist sehr hilfreich. Aber dann auch zu schauen, habe ich vielleicht zu wenig Grenzen gesetzt, war es vielleicht auch bequem, dass ich mein Kind eigentlich in den digitalen Medien alleine gelassen habe, weil wir schützen Kinder vor den Gefahren in der realen Welt und das müssen wir in der virtuellen Welt auch tun. Grenzen setzen heißt auch Halt geben und da sein. Herzlichen Dank für das Wunderbare-Fahrzeug. Wir wünschen euch noch eine Freude hier. Danke schön. Danke.